Yo, Nagi ist wieder am Start mit Let's Play! Mavaru, Meizan, Wohu, Nemigi, dem Spiel für alle Otakus und die, die noch welche werden wollen. Stage 4 ist erreicht und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was wollen wir uns hier schon erwarten? Noch mehr verrückte, crazy Minigames! Und noch mehr Story, die ich leider nicht verstehe. Und ja, es gibt einen Knopf, mit dem kann man die überspringen, aber... Ich überspringe nur ungern etwas, auch wenn ich es nicht verstehe. Die Bilder sind ja auch niedlich und lustig. Hey, ich hab die Musik ausgemacht. Warum hast du das gemacht? Weil mir da noch war. Waaah, fällt nicht so blöd. Können wir anfangen zu spielen? Na klar können wir das. Hallo. Ah, da geht's uns. Game on! Und ich muss... Oh, das ist Toho und... Okay. War es richtig? Anscheinend schon. Okay, das ist das Apfelsspiel, kann ich auch schon. Zack! Juhu! Noch mehr verrückter Toho-Krams. Ach, auch wenn ich nicht wirklich der größte Fan davon bin, ist es schon interessant zu sehen, was es alles davon gibt. Oh, das ist doch aus Super Mario Silent. Das kenne ich sogar. Ah, okay. Okay. Na, bleibst du schon da oben. Und nun... Oh, noch mehr Super Mario Silent. Rums. Rums und der letzte Block. Yeah, geschafft. Awesome! Okay, da war grad irgendwie Slaughter und ich konnte nichts machen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Puhu. Und das Boss-Game steht bevor. Was ist das diesmal? Wow, das ist doch... Das ist doch Kung-Fu für NS, oder? Jo. Ist ja interessant. Puhu! Ach, Mann, eigentlich mag ich Alice nicht verprügeln. Ich mag sie. Aber es bleibt mir noch süßig. Husch! Nein, lass mich mit deinem Messer in Ruhe. Gibt's doch wohl nicht. Ey, du konntest jemandem damit dein Auge ausstechen. Wah! Ich werde verfolgt. Nein! Oh, ich kann mich bücken. Das ist gut. Ich will aber auch irgendwie nicht... Lass mich in Ruhe. Geh weg. Zack. So, kommt am Ende auch so ein Boss, oder... Was das dann? Okay, da oben stehen Zahlen. Aber was bedeuten sie? Ich weiß es nicht. Nein! Nein! Nicht Patchouli. Nein! Du bist doof. Hurra! Komm her! Nein! Bleib doch mal an einem Ort stehen. Bämst. War's das? Bitte sag mir, dass das war. Ich kann nämlich nicht mehr wesentlich weitermachen. Okay, das war's. Super. Sie hat schon wieder verloren. Ach, du lernst es halt nicht. Und ja, ihre Glöckchen haben Reißzähne. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nämlich nicht. Ah, danke. Danke für den Applaus. Ich weiß das sehr zu schätzen. So, wieder das Bundespiel, von dem ich keine Ahnung habe, was es mir bringt. Radadadadam. Und ich bekomme... ...irgendwas. Ich weiß nicht was, aber ich hoffe, es bewegt irgendwas Gutes. Wäre zumindest schön. So, und auf geht's zur nächsten Stage. Ich hoffe, da kommen noch so einige. Wow! Ein riesiges Schloss! Ob wir da eine kleine Führung bekommen? Uh, was ist das? Final Stage oder was? Sind wir schon am Ende? Kannst du mir nicht erzählen. Ja? Ja, du kommst näher. Möchtest du was von mir? Nein? Okay. Da kann ich dir auch nicht helfen. Was? Transformierst du wieder zu irgendwas? Ähm. Okay. Okay. Ui, ein Mind Outfit. Wie niedlich. Auch wenn die Geflügel ein bisschen abstrakt aussehen, aber was soll's. Da ist doch eine Person! Wer ist diese mysteriöse Gestalt? Ähm. Ähm. Sie sieht ziemlich psycho aus. Wow! Und ich kriege Schläge! Nein! Oh-oh. Das gefällt mir gar nicht. Hä? Oh, so siehst du schon viel freundlicher aus. Und du hast einen Drachenschweif. Okay. Komm mal so eben davor. Und weg ist sie wieder. Komm schon! Lass das letzte Gefecht beginnen! Game one! Und es ist wieder Super Mario Silence. Er kommt ein bisschen schneller. Hopp, hopp! Dääää! Und das nächste ist, muss ich wieder den Schuh ausweichen. Nein! Das ist wie du! Ich hab den X-Tes an! Und das komische Fighting-Spiel wieder. Und langsam hab ich den Dreh raus. Ich hab das nicht kaputt gemacht. Ich war's nicht. Bin ganz unschuldig. Okay. Ich lasse euch lieber nicht an mich rankommen. Und wieder den Apfel wegdonnern. Also jetzt müssen wir... am Boden entlang schleifen, um weiterzukommen. Nein. Okay. Katze im Becher, Eis und... Was? Katze im Becher, Eis und... Das war's, glaub ich. Wieso ist da eine Katze im Becher? Das ist eine Quälerei. Ihr tut doch keine Katze im Becher. Okay. Ich hab jetzt aber irgendwas gedrückt. Und wieder Otaku-Massenmord. Das geht doch nicht. Oh! Ähm... Ich hab's jetzt keine Ahnung, wie ich das gemacht hab, aber... Egal, es hat ihn gehauen. Und wieder... Akihabara-Massenmords. Okay, wir waren mal ein bisschen mehr zehn Spielen. Und was kommt jetzt? Get ready! Oh. Oh. Kann ich auch irgendwas... Okay, kann ich schneller fahren? Ne. Ich kann nur schießen. Was muss ich tun? Ich würde sagen... Alles abschließen. Hallo? Hallo! Wow! Ich will nicht getroffen werden. Watch out! Huge battle tag incoming! Oh oh, ich glaube, ich kriege gleich massiven Besuch. Na, kommt mal her. Kommt mal her. Und jetzt? Okay, das ist ein Fall. Was ist das denn? Muss ich da irgendwie rein? Was muss ich tun? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich keinen Bonus mehr kriege. Ja. Wenn mir auch einer sagen würde, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss irgendwie in das Loch da reinschießen, aber... Es ist gar nicht so einfach, da zu treffen. Ah, genau! Ein Schuss reicht und die Mission ist erfüllt. Was für ein Glück. Mir geht auch nämlich langsam die Z aus. Yay! Ich habe gewonnen! Bitte sagt mir nicht, dass es das schon war. Oh, jetzt gibt es Rape. Oh. Was ist jetzt los? Die Sonne scheint. Ah! So hell! Was ist das? Oh! Oh, das kann ich lesen! Wow. Schnellster Abspann der Welt. Ähm. Okay, ich muss jetzt erstmal einen Schnitt machen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Wenn es eine nächste Folge gibt. Ich hoffe natürlich. Also, wir sehen uns.